Video-Blog. Dasta oder Dasta. Für Liebe und Survival. Hallo! Hallo! Wie Urlaub. Wie ein frisch gezapftes Seidelbier. Immer wieder erfrischend, aber nach dem 5. oder 6. nicht das anstrengend. Guter Sex, oder? Ja, ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Das ist einfach geil. Also gut, fühlt sich schön an. Nicht bei ihm jetzt, aber wenn er es kann, dann ist gut. Guter Sex ist für mich wie... Ostern, Weihnachten zusammen. Und schlechter Sex? Schlechter Sex ist... Wie zu Hause. Entschuldigung. Na, schlechter Sex... Schlechten Sex gibt es eigentlich nicht. Weil, wenn Sex schlecht beginnt, hört man auf.